»Das war«, hob ich an. »Ich glaube, ich habe meinen Dad noch nie so viel aneinandergereihte Worte sagen hören«, erwiderte Matt, vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Mir war dabei vielmehr daran gelegen, dass wir über diese Georgina sprachen. Wer war sie? Und warum hatte Matt's Dad Bedenken wegen ihrer Anwesenheit, während er tunlichst darum bemüht war, vorzugeben, er hätte keine? »Wer ist Georgina?«, fragte ich nach, als Matt es schon dabei belassen wollte. »Oh, Georgina ist eine alte Freundin der Familie.« Er sah mich nicht an, während er das sagte, sodass ich nicht einschätzen konnte, was das zwischen den beiden wirklich war. Es schien aber nicht so, als wenn ihre Anwesenheit ihn kalt lassen würde. Diese Nachricht, so sehr sie mich doch beruhigen sollte, brachte mich aus dem Konzept. »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, hörst du?«, versuchte Matt, mir die Sorgen zu nehmen, indem er seine Hände abermals um meine schloss. Offenbar hatte er bemerkt, dass mich die Worte seines Dads keinesfalls kalt gelassen hatten. »Okay«, sagte ich halbherzig und wandte mein Gesicht von ihm ab. Mein Blick war gen Boden gerichtet. Noch ehe ich mich's versah, hob Matt mein Kinn ganz vorsichtig mit seinem Zeigefinger an. »Ich glaube dir kein Wort«, sagte er und sah mir dabei fest in die Augen. »Georgina steht nicht zwischen uns«, wiederholte er mit Nachdruck in der Stimme. Ich nickte und glaubte ihm, auch wenn sich dieses merkwürdige Gefühl in meinem Magen, wo vor wenigen Minuten noch die Schmetterlinge heftig umhergeflattert waren, nicht einstellen wollte. Kapitel 22 Matt Schaut nur, wer uns heute mit seiner Anwesenheit beehrt.